Weiter geht's endlich mit einem neuen Video nach einer kurzen Pause und wir schauen mal, ob sich das Angeln überhaupt noch lohnt. Ja, es wurde natürlich in den letzten Tagen im Forum heiß diskutiert, in den ganzen Streams heiß diskutiert, was ist los, was ist los mit RF4, wieso wird sowas gemacht. Es gibt im Forum einen langen Beitrag und verschiedene Statements, die von RF4 abgegeben worden sind, warum das gemacht wurde mit den längeren Kaffeeaufträgen. Ich bin der Meinung, dass da ein zweiter Schritt vor dem ersten gemacht worden ist. Es hieß ja, dass die Kaffeeaufträge noch nicht optimal eingestellt sind. Allerdings wurden jetzt schon optimale Zeiten sozusagen aktiviert. Das heißt, wenn man jetzt mehrere Stunden oder vielleicht in Echtzeit 36 Stunden oder über 30 Stunden einen Kaffeeauftrag im Game drin hat, ist das gerade für Low-Level-Angler natürlich extrem schade. Ich war ein bisschen frustriert, muss ich sagen und tatsächlich auch etwas enttäuscht von dieser Aktion. Damit sind oder ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich immer wieder auch in den ganzen Tutorials genannt habe, einfach komplett useless nutzt die Kaffeeaufträge. Wenn ich mir überlege, dass ich hier mit diesem Account zurzeit über 100 Kaffeeaufträge schon absolviert habe, jetzt mit Level 18, war das natürlich ein ganz wichtiger Punkt und ist es natürlich immer noch ein ganz wichtiger Bestandteil von dem Geld, was ich mittlerweile verdient habe hier, aber auch schon wieder ausgegeben habe. Es ist natürlich deutlich mehr Silber, was ich schon verdient habe. Ja und wenn das jetzt natürlich wegfällt, wird es schwierig. Ich stand jetzt hier ungefähr an dem Spot, ja, ziemlich genau eine Stunde. Hab jetzt hier gerade ein bisschen rumprobiert an der Stelle hier am Windenbach mal wieder. Ich bin immer noch unterwegs mit dem Starter-Set, immer noch unterwegs mit Micro-Braid, also mit der ganz dünnen Schnur, die ich mir irgendwann mal geholt habe, speziell eben auch für den Windenbach, weil das eben so richtig schön dünn ist und da reichen auch so in der Regel 2,5 Kilo, 2,8 Kilo an Tragfähigkeit für die kleinen Fische. Natürlich nicht, wenn ich mit den dicken fetten Haken unterwegs bin, sondern hier 20er, 18er Haken, da sind diese dünnen Schnüre einfach optimal. 0,04 Millimeter, mega gut. Ja, 18er Haken und Regenwurm ist hier drauf und da ist auch schon wieder ein Biss. An der Stelle hatte ich bis jetzt hier einige Muscheln und einiges an dickeren Zeug. Ich war aber auch mit da dran. Guck mal da, eine kleine Güste. Ich werfe so ungefähr bis zur Mitte hier aus und ja, bisher, wie gesagt, war das ganz gut. Gucken wir aber nochmal, ziehen wir den hier auch nochmal eben raus. Auf dem Made hatte ich jetzt zwischendurch sogar einen ganz dicken fetten Arland. Der hat richtig Gas gegeben, aber wie gesagt auch einige Zobel und so dabei. Ich lasse das mal eben jetzt hier so ausgeworfen und wir schauen uns das mal eben an im Café. So, da sind wir schon am Café. Welche Möglichkeiten haben wir denn jetzt noch, wo doch die Zeiten so lang sind? Man sieht es hier unten an der Güste. 300 Stunden, das ist natürlich schon heftig. Die anderen sind natürlich mittlerweile schon gut abgelaufen. Guck dir das mal an, Alter. Ich habe immer wieder den Eindruck, also ich habe wirklich immer wieder den Eindruck, dass ich, wenn ich längere Zeit angele, zwischendurch einfach mal genau so einen Kandidaten reinkriege, der genau quasi im Café drin ist. Das ist natürlich nett. Auch an der alten Festung passiert mir das auch häufig. Ich angle auf irgendwie Kleinzeug oder auf Brassen und auf einmal rasselt irgendwie, ja, vielleicht so ein Arland dann auch wieder rein, der zufällig dann gerade auch im Café ist. Also im Low-Level-Bereich passiert mir das häufiger, im High-Level-Bereich eigentlich eher seltener. Aber das ist natürlich jetzt äußerst praktisch, die 25 Silber. Nehmen wir natürlich gerne mit. 25 Silber. Muscheln, wie gesagt, waren einige dabei. Die unmaßige verkaufen wir hier auch. Sind nochmal 3 Silber. Rotaugen hatte ich auch einige dabei. Dann nehmen wir 4 von den kleinsten. Sind nochmal 5 Silber. Gründlinge waren nicht. Barsche auch nicht. Güster waren auch an dieser Stelle. Und haben wir auch natürlich dann die unmaßigen. Knapp über 50 Silber. Ist also ein ganz guter Schnitt. Einfach nur für den Kaffeeauftrag. Nachteil. Wir müssen jetzt lange warten. Auch wenn wir jetzt natürlich hier die maßigen Güster abgeben würden. 300 Stunden ist das Ding einfach blockiert. Ich finde das Kaffee macht so nicht mehr wirklich viel Sinn. Beziehungsweise es ist halt nicht mehr wirklich aktiv zu nutzen an einem Gewässer. Ich würde vorschlagen maximal eine Stunde an einem Gewässer. Gucken, dass man alles durchballert. Und dann zack das Gewässer wechseln. Gucken wir mal was wir hier noch drin hatten. Das sind hier auch nochmal 68 Silber mit den ganzen Muscheln. Mit den Zobeln. Eine schöne Güster war dabei. Also an der Stelle gar nicht so schlecht. Verkaufen wir das Ganze. Und sind dank des Kaffees plus der ganzen Zeit jetzt hier halt auf über 100 Silber gekommen. Schauen wir uns einfach nochmal das nächste Kaffee an. Und da sind wir auch schon direkt am nächsten Kaffee. Hier jetzt an der alten Festung. Und wenn wir uns hier mal die Kaffeeaufträge anschauen. Dann sehen wir natürlich auch hier wieder fantastisch. Die Fische Rotaugen ratzfatz erledigt. Kann man mal eben machen. Karauschen natürlich auch. A-Land kann man auch noch fangen. Beziehungsweise die Giebel und die Schleie. Alles durchaus möglich. Wenn man Bock hat aufs Jiggen. Dann kriegt man auch hier die 8 Barsche relativ schnell zusammen. Aber was eben tatsächlich wehtut. Sind einfach diese Aufträge. Die, ja man sieht es hier. Über 700 Stunden. 30 Tage und 16 Stunden quasi hier blockieren. 30 Tage heißt also 30 Stunden wird das hier blockiert. Ein Angler, der das hier, der diesen Fisch sucht. Der wird ihn also im Low Level Bereich mit Level 12 höchstwahrscheinlich nicht finden. Wir hatten das auch schon ein bisschen rumdiskutiert mit den erfahrenen Anglern in der Firearm Community im Ingame Chat. Und haben gesagt, ja Alter, wo soll man denn hier Döbel fangen? Vor allem auch noch in dem Gewicht. Ich glaube, das wird äußerst schwierig. Mit dem Hauptaccount suche ich übrigens auch schon sehr, sehr lange den weißen Amur. Hier als Trophy an dem Gewässer habe ich auch noch nicht gefangen. Also es ist einfach übel und übelst schwierig, diese Dinger zu fangen. Wie gesagt, das Ziel war ja dem ungeübten Angler vielleicht eher die Chance zu geben, dass er mal dann gezielt jetzt hier so auf so eine Schleie geht. Und dann hat er ausgiebig Zeit und hat vielleicht wirklich die Möglichkeit, diesen Fisch zu fangen, dass man gezielt quasi auch diese Aufträge abarbeitet. Aber ich glaube, die Idee dahinter ist sogar gut. Ich finde das wirklich gut, dass man sagt, hier geht an die Aufträge, macht die Aufträge. Ihr habt jetzt länger die Chance. Aber dafür würde ich sagen, gibt es dann entweder zu wenig Aufträge oder es ist einfach der zweite Schritt vorm ersten gemacht. Die verkehrten Fische sind immer noch drin. Low Level oder mit Level 12 hier an der alten Festung wirst du es einfach nicht schaffen, solche dicken Dinger hier rauszuziehen. Und dementsprechend sind dann einfach die Aufträge verkehrt in den Cafés. Schade, RF4. Schade. Es sah in den letzten Tagen so aus, als ob das irgendwie positiv und in eine gute Richtung weitergeht. Ich bin doch ein bisschen enttäuscht von dem Ganzen. Beziehungsweise schon sehr enttäuscht. Ich hoffe, dass die Tutorials irgendwie auch noch umzusetzen sind. Ich denke, ich werde irgendwann nochmal mit Posen und Posen Only nochmal starten und testen, ob das irgendwie machbar ist. Und da werden wir natürlich sehen, inwieweit das schwieriger wird, ohne die Kaffeeaufträge im Hintergrund. Und gucken wir mal, wie es weitergeht mit RF4. Das ist zumindest ein Schlag ins Gesicht der Low Level Angler. Die High Level Angler, denen ist das shitty goal. Die machen eh kaum Kaffeeaufträge. Die ziehen sich ihre Dinger raus, ihre Brocken. Und es ist halt nice to have, wenn man da noch was abgeben kann. Aber die meisten im High Level, die sagen, ja wie Kaffeeaufträge, hat sich da was geändert? Die interessiert das seit Tagen gar nicht. Ich werde mir noch ein paar Gedanken machen, wie man die Möglichkeit oder wie man hier auch im Low Level Bereich vernünftig Kohle machen kann. Wie gesagt, immer wieder die Spots am Windenbach natürlich sehr, sehr ergiebig. Aber dann, zack, schnell flippen, ab ans nächste Gewässer, Moskito, zack, wieder flippen, alte Festung. Alles das machen, was irgendwie möglich ist. Und vielleicht hat man dann ja zwei, drei Tage irgendwie überbrücken können. Und dann sind auch wieder neue Kaffeeaufträge drin. Petri, ihr Lieben, auch wenn das Ganze nicht schmeckt, ich denke, es wird irgendwie weitergehen. Und ich denke, wir werden auch weiter ein paar gute Spots finden. Hau da rein, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.